Thomas Fauchschbach von Werde Musiker, herzlich willkommen zu diesem Piano Tutorial. Heute gibt es eine kleine, aber feine Piano Melodie für dich. Ich spiele sie dir erstmal vor. Und zwar... Die Serie. Ja, vielleicht kommt einigen diese Melodie schon bekannt vor. Vor allen Dingen die Leute, die bei mir bei Spotify oder Apple Music schon vorbeigehört haben. Die haben dort bestimmt das Lied Because of You I Dance All Day gefunden. Und ich muss eingestehen, es ist eigentlich ein Cover-Song. Und zwar eigentlich ein Cover-Song von meiner Freundin. Wir haben das Lied zusammen komponiert. Ich verlinke euch auch mal ihr Original, wo sie auch dazu singt. Genau, aber das ist die Piano-Version. Das ist der Anfang davon. Das ist auch als Melodie für das heutige Video gedacht. Wenn ihr sagt, wow, da möchten wir aber doch jetzt das ganze Lied gerne lernen, schreibt es auch in die Kommentare. Und dann mache ich vielleicht einfach noch weitere Teile zu diesem Lied dazu. Wenn sie dir gefällt und du Lust auf viel mehr solche Melodien hast, verlinke ich dir hier unten in der Videobeschreibung mal einen Kurs von mir. vollgepackt mit Melodien solcher Art. Außerdem in der Videobeschreibung ist natürlich mein kostenloser Kurs für Anfänger. Auch den verlinke ich euch hier unten mal. Und ich habe zwar längere Zeit hier auf dem YouTube-Channel nichts veröffentlicht, aber an vielen Videos auf meiner Seite gearbeitet werde, Musiker.de. und vor allen Dingen an viel Musik gearbeitet. Und es gibt jetzt ganz viel Musik von mir bei Spotify, Apple Music, bei allen Streamingdiensten. Auch diese Links packe ich euch hier unten mal in die Videobeschreibung rein. Freue mich natürlich, wenn ihr auch da mal vorbeischaut. Und jetzt viel Spaß mit dieser Klaviermelodie. Okay, also, wir haben vier Akkorde hier bei dem Stück. Und zwar ist das der Akkord D-Moll, B-Dur, F-Dur und C-Dur. Das ist ganz gut, die auch erstmal so spielen zu können, wie ich das gerade gemacht habe, mit dem D-Moll-Akkord D-F-A. In der linken Hand das D. Ja, und zum Beispiel beide zusammen anschlagen. Und dann die rechte Hand. Drei, vier. Dann auf den B-Dur-Akkord, und zwar so. B-D-F und hier in der linken Hand das B. So, Achtung! Das waren beides Akkorde in der Grundstellung. Jetzt kommt F-Dur. In der rechten Hand ist es mit dem C als tiefsten Ton. C-F-A Das gleiche. Zusammen. Rechts, rechts, rechts. Und zusammen. C-Dur. C-E-G Links ist C. Eins, zwei, drei, vier. So, das wäre ein erstes schönes Ziel für dich, wenn du das so spielen kannst. Nämlich, die Melodie ist wie bei vielen Liedern sehr eng an den Akkorden dran. So, und zwar ist das in der rechten Hand. Guck mal, wir hatten den D-Moll hier so liegen. Ähm, und dann ist der erste Überabschnitt von der Melodie F-A-G-G-F-E Ja, und zwar wird das F zuerst alleine gespielt und wenn das A spielt, spielt die linke an das D. D-Moll Ja, übrigens am besten das D am Anfang hier mit dem Mittelfinger in der linken Hand. Ja, dann geht es später rechter auf den nächsten Ton. So, also das ist der erste Überabschnitt. Erstmal die rechte Hand allein natürlich. Und dann zusammen. Dann kommt der nächste Überabschnitt. Rechts ist das D-D-F-D und links das B gleichzeitig mit dem ersten D. Ja, das ist schon der zweite Überabschnitt. Dann kannst du die ersten beiden mal zusammennehmen. Als nächstes kommt der F-Duo-Akkord. So hatten wir den vorhin. Und so ist die Melodie. C, 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 F 1, 2, 3, F Ja, und auch am Anfang C und F zusammen. Wenn wir die linke an dazu nehmen, das F wird hier mit dem Daumen gespielt. Und dann Das ist der vierte Abschnitt. F, G, F, A F, G, F, A Also die rechte Hand und die linke spielt das C und zwar gleichzeitig mit dem G in der rechten Hand. F alleine G und C zusammen F alleine und A Ja, ich spiele mal alle vier Abschnitte langsam zusammen. Ja, jetzt habe ich es übrigens etwas leicht anders gespielt. Gerade habe ich es hier mit dem C gespielt. Nicht F, G, F, A sondern C, G, F, A Ja, aber ich kann es ja aus erster Hand vom Komponisten persönlich versprechen, dass das eine Variation ist. Beides ist möglich. Ja, so auch zu unterschiedlichen Strophen und vor allem, wenn ich das am Klavier spiele, ähm, spiele ich sowohl diese Variante als auch die Ja So, wenn du das Ganze jetzt ein bisschen fortgeschrittener spielen möchtest, kannst du in der linken Hand ähm, die Akkorde gebrochen spielen D, F, A B, D, F C, A, äh, F, A, C B, der F-Dur-Akkord und C, E, G der C-Dur-Akkord Wenn du es noch fortgeschrittener spielen möchtest, kannst du, dass den Akkord nicht eine Grundstellung spielen, zum Beispiel den D-Moll-Akkord, sondern spielst ihn in der 1-5-3-Verbindung, das heißt, den dritten Ton ja 1-2-3, den spielst du hier oben anstelle von hier, also C-A-F So, da kommen wir uns hier ein bisschen in die Quere, das heißt, und wieder spielst du das hier unten oder alles ein Oktav für Das mache ich mal kurz, das klingt dann so Ja, also, das ist eine Möglichkeit und anstelle der 1-5-3-Verbindung Ja, so hatte ich von dem D-Moll, D, A, F kannst du hier einfach das D spielen, D, A, D, also den untersten Ton hier oben verdoppeln Super, pass auf, jetzt geht's dann weiter mit der zweiten Hälfte der Strophe streng genommen, ja, oder unserer Melodie hier heute Ich bleib mal wieder hier in der Oktav So, das ist eine leichte Variation der ersten Überabschnitts hier von dem ersten, ersten Überabschnitt Lodododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododod Jetzt kommt der Zweite. Ja, unverändert, wie im ersten Teil. Achtung, jetzt aber neu. Das C hier oben. Große Tonsprünge. Nochmal. A. Ja. A und der linken hat das F zusammen. Das ist der dritte Abschnitt. Und jetzt der vierte. A, G, G, C, G. Und das war's auch schon. Ja, das ist unsere Melodie. Für heute spiel sie dir noch einmal ganz langsam vor. Erstmal die einfache Version und danach die etwas mit der linken Hand ausgeschmücktere, fortgeschrittene Version. Ja. Ja, und jetzt etwas ausschmücken. Und jetzt etwas ausschmücken. Und immer weiter spielen, allein mit diesen Akkorden, D-Moll, B-Dur, F-Dur und C-Dur. Ja, und so weiter. Also, ich hoffe vor allen Dingen, du hast ganz, ganz viel Spaß mit dieser Melodie. Ich hoffe, sie gefällt dir sehr, wenn du sie dir einfach mal immer wieder anhören möchtest, von mir gespielt. Schau doch mal bei Apple Music und Spotify vorbei. Ich verlinke dir das unten. Because of you I dance all day heißt das Lied. Ich verlinke dir außerdem die Originalversion, quasi von meiner Freundin gesungen. Auch hier unten in der Videobeschreibung. Ich verlinke dir außerdem den Kurs, wo es ganz viele wunderschöne kleine Klaviermelodien gibt. Meine schönsten Klaviermelodien heißt der Kurs. Das verlinke ich dir. Und wie immer freue ich mich natürlich über deinen Besuch auf meiner Seite www.werdemusiker.de. Hör mal, vielen, vielen Dank, dass du hier bist. Vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Mitmachen. Ich freue mich schon auf dich im nächsten Video. Mach's gut. Bis dann. Ciao. Ciao.